Wollen wir einen Spaziergang machen? Ähm, nein. Nein? Nein, nein, nein. Äh, naja, ich fang an, sie gern zu haben. Und wenn wir spazieren gehen, dann werd ich sie vielleicht noch viel mehr gern haben. Und eines Tages wird das möglicherweise damit enden, dass wir uns verlieben. Und für eine Weile wird alles gut gehen. Aber dann eines Tages, peng, dann raufst du dir die Haare und du wirst schreien. Und du wirst mir sagen, du willst mich nicht mehr wiedersehen, weil ich dich wahnsinnig mache und ich bin völlig fertig. Wer braucht das schon? Gute Nacht. Scott Turner hat endlich die Frau seiner Träume gefunden. Oh Gott, eine Frau in meinem Haus. Er hat endlich die perfekte Beziehung. Also bleibst du noch eine Nacht? Oh ja, natürlich. Aber da kommt etwas Gewaltiges und ändert alles. Und dieses Etwas heißt Hu. Sitz, artig, aus. Du verstehst nicht, wie von Hunden. Das ist nicht mein Hund. Hu, schlau. Und jetzt wird er von den Socken gehauen und durch die ganze Stadt geschleift. Warte, warte. Was machst du denn mit dem Hund? Ach, ich geh nur Gassi mit ihm. Alles im Namen der Liebe. Ach, dieser Hund liebt dich, mein Junge. Touchstone-Film zeigt Tom Hanks als einen Mann, der verzweifelt. Ist das Auto nicht? Nein! Der Abmachungen trifft. Du hast weder das Wasser, noch den Orangensaft, noch den Johannisbeersaft getrunken. Was soll ich machen? Dir ein Margarita-Mix? Der bereit ist, jeden Preis zu zahlen. 97,51? In was? In, 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 in Pesos? Das ist ein Hund. Er wird dein Haus bewahren. Sei froh, dass du ihn hast. Nein, 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 nein! Was hast du getan? Ein Mann, der alles versucht, um einen Hund aus seinem Bett zu kriegen. Jetzt reicht es. Ich hole meinen Revolver. Und ein Mädchen zurück in sein Leben. Ich hab keinen Platz für einen Hund wie Hooch. Das geht vielen Leuten so. Oh, nein! Du bist in meinem Haus! Scott und Hooch. Eine tierisch aufreibende Beziehung. Wir, wir, wir kennen uns jetzt ja schon eine ganze Weile und ich glaube, ich kann ganz offen mit dir reden. Sag mal, weißt du eigentlich, dass du ein Sabberproblem hast?